Hallo zusammen, mein Name ist Jalli und nach dem Intro gibt es wieder ein wunderschönes Reisevideo, diesmal aus Maskat, der Hauptstadt des Oman. Wir waren bereits im März 2019 dort, ist also schon eine Weile her, und haben einige der Highlights der Stadt besucht. Der Tag fing für uns an mit einem Besuch in der großen Sultan-Kabuz-Moschee und diese beeindruckt nicht nur durch ihre schiere Größe, sondern auch durch die unglaublichen Verzierungen im Innenraum und die riesigen Kronleuchter. Weiter ging es zum Al-Alam Palace, einem repräsentativen Sultansbau, von der Funktion vermutlich vergleichbar mit dem Schloss Bellevue in Berlin. Vorbei am Riyampark mit seinem riesigen Rauchgefäß, als Denkmal zum 20. Nationalfeiertag, ging es nach Mutra. Dort in den Mutra-Suk, einem typischen arabischen Markt, mit schmalen Gassen, kleinen Geschäften, bunten Teppichen, Kleidern, duftenden Gewürzen, wirklich sehenswert. Zum Sonnenuntergang sind wir noch auf das Mutra-Fort, mit einem tollen Blick über die Stadt, den Hafen und die untergehende Sonne. Wirklich toll. Wenn ihr mehr von unserem Oman-Urlaub sehen wollt, ich verlinke hier oben mal unseren Blog, gerne mal reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch gleich den YouTube-Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Film ab! Film ab! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.